Was geht ab YouTube? Da sind wir auch wieder mit einer weiteren Folge von Stray. Ja wir sind immer noch in der Totenstadt? Stadt der Toten? Ich glaube es war Totenstadt und wuseln uns hier flauschig durch das Abenteuer und suchen Hinweise, Erinnerungen, alles was das Herz begehrt. Und jetzt gehe ich erstmal hier hin. Hier ist nämlich irgendwas und ich schau'n. Okay, da kann ich nicht hin. Hallo YouTube. Ja Eddie den Chat sieht man leider nicht. Aber ich lese es gerne vor. Eddie sagt Hallo YouTube. Guck mal da ist ne Postkarte, aber die kann ich nicht mitnehmen, ne? Na. Jetzt mal wieder hier. Na Mama ich bin bei YouTube. Haha. So. Dann sind wir da schön scharf. Kann ich vielleicht kaputt sitzen. Aha. Okay, also irgendwo hier ist auf jeden Fall ein Safe. Da oben denke ich mal ist Safe nicht. Ah. Witzig. 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 Aber irgendwo hier wird er ja sein. Okay, da ist nix. Okay, da ist nix. Was ist denn das? Hä? Wow. Haha. Der neue Bildschirmschoner. Okay. Genug geschlafen. Powernap und so. Okay. Geh. Okay. Okay. Kann ich aber nirgendwo. Warte mal. Ah, der hat ja wirklich nicht so wirklich genutzt. Guck mal. Oh, okay. Okay, alle wollen immer zum MoMo, ja. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, alles fertig. So, denke ich jetzt mal. Warum kriege ich jetzt nochmal die Benachrichtigung, dass ich live bin, ne? Ist der Stream gerade irgendwie abgepackt oder so? Oder ist Uber jetzt einfach nur dämlich? Okay, warte mal, an dem Automaten war ich, ne, und hab mir den Energy Drink reingepfiffen. Das ist da, okay, das heißt, da komm ich sowieso gleich hin. Hätte der jetzt in der Theorie was anderes zu sagen, zu diesem anderen Notizbuch. Da, da. Hm, okay, also es bringt nichts. Okay, also ihm das nochmal zu zeigen, bringt gar nichts. Der du pennt. Oh, direkt nochmal ein Schläfchen. Kannst du aber einfach beim Pen machen. Okay. Mit dem kann ich nicht mehr interagieren. Der hat hier nix liegen. Abflug. Okay, warte, da kann ich von da. Schnell rüber. Oh. Digga, dann springen wir auch. What the fuck? Oh, hier ist nix, ne? Na. Hier ist auch nix. Da komm ich nur zu dem Dude drüber. Ich bin dran. Polidior. Okay. Ansonsten hat das in der Fall gar keine Bewandtnis, fühle ich. Ich glaube, ich hätte vorher mit dem reden sollen. Schade, wollte ich alle runterschmeißen, damit der Dude unten noch pisster ist. Okay, das ist schon wieder mal... Achso, das ist dann ein Shortcut dahin, okay. Ich denke, hier ist auch nur... Da kann ich wahrscheinlich nichts machen. Und hier soll es nur in diese komische Gasse gehen. Aha, da ist nämlich noch eine Erinnerung, okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielleicht kann der Typ hier das ja übersetzen Oh, was ist das? Wow Hallo Oh mein Gott, die Steuerung ist invertiert Oh nee, bitte nicht Oh mein Gott Das ist komplett weird Guck's, Alter So Wir nehmen uns erstmal bei den Monopin Na, wir hätten ihn eigentlich vorher Weil das ist ja anscheinend der Musiker, die Dinger zeigen können Die Notizen Oh, was ist das? Achso, da kann ich noch drauf Bitte nicht schon wieder Okay, ja, ja Ändern wir gleich Aber erstmal Technikfreak Okay, dann müssen wir irgendwie zum Typen, der Technikfreak ist Immer locker, immer cool Zack Der hat einen fucking Kanister als Gitarre Echt geile Mucke Ist so, ne? Und Space Head ist schon sehr, sehr im Zocken Muss ich mir jetzt jeden Song anhören, oder? Ich hab noch ein bisschen was zu tun, Kollege Vielleicht muss ich mich auch irgendwann nur hinkriegen Mach das Ja, der Song ist wirklich cool Also ich hab's jetzt auch nicht ironisch aufgefasst Der ist wirklich chillig Ja, Bro, ich hab aber nicht so viel Zeit mehr Hier einen einzelnen Song jetzt anzuhören Sorry Okay Okay, ich musste hier eine Technikfreak Ach, guck mal, da ist der Typ Toll, danke, jetzt hab ich noch einen Ohrbogen Super Kannst du einfach Danke Nee, das war der Händler, ne? Ja Der Basketball liegt leider immer noch da unten Ob er Na, warte mal Er ist Händler, er ist doch kein Technikfreak Das war ein Stranger-Ton Das ist eine R Aha, Reinigungsmittel Okay Der wird wahrscheinlich zu den Bildern auch exakt nur dasselbe sagen, oder? Ja Ich hab's mir schon gedacht Schön schrubben, Kollege, ne? Ich seh da keine Treppe Ich geh mal hier rein, ne? Passt ja nichts dagegen Super Spirit Ey, wir klauen es einfach Oh mein Gott Wir sind ja richtig fies Okay, das ist auf jeden Fall für den Händler Sonst ist hier nix? Da kann ich nicht hoch Was ist das? Freue ich das nicht, also Wird's wohl nix sein Das ist halt wirklich nur für das scheiß Ding in hier, ne? Ich hab mich geklaut, nein Keine Ahnung, was ich meinst So, bitte lass ihn mit Ich bin eine süße Katze Und nicht mehr Aha, guck da Tauschhändler, der war ja da hinten Hier ist die Dingens Kleidung Und die Programmierung Das heißt, irgendwo Programmierung ist rechts Genauso wie Kleidung Ja, werden wir ja sowieso hinbekommen Okay, ja, ja, dem haben wir schon eins gegeben Nee, ballert gar nicht in den Augen das Licht, ne Überhaupt nicht Ah, das ist die Gassi hier Okay Merken Du fucking creep, alter Ich dachte, der haut mir jetzt auch die Mütze, ey. So ein Kleck, ey. Wie Space, ey. Ich war völlig entspannt. Das war nur für die Show. Das ist ein Spaß, Space. Ruhig dich. Ruhig dich, Kleiner. So. Jetzt machen wir den Energy Drink. Ich will eigentlich hier runter. Hattest du aber auf, wenn der so runter zu schmeckt? Das klingt ehrlich gesagt nicht auch safe, so. Aber kam ich nicht hierher? Ey, doch klar. Was denn her? Ja, okay. Sagst du einfach, dass du dumm bist, dann krass ist, dann rede ich nicht mit dir. Ich hab mir gewunken, voll nett. Okay, also da gibt's irgendwie Öl. Oh, warte mal, das ist die Gasse hier, ne? Ja, okay. Oh, warte. Da kann ich hoch. Hep. Hep. Wie groß bist du? 1,84, glaube ich. Zumindest laut Pass. Oh, ich bin inzwischen bestimmt schon wieder ein bisschen kleiner geworden. Aber ich bin ein Ticken größer als Sveti, das kann ich dir sagen. Den hast du ja eh schon really getroffen, also. Ah, hier saß die nämlich vorhin nicht. Okay. Was hat sie denn so alles erstmal? Oh, das war jetzt nicht mein Kater. Moment. So. 478 Meilen gestreckt. Stromkabel. Genau, das Stromkabel gab's ja beim Händler. Der Typ ist überhaupt nicht creepy, ne? Überhaupt nicht. Es geht. Ja, bald ist ein Ultima. Willst du was? Zweifel oder was? Okay. Elliot's Programmier. Okay, perfekt. Dann bin ich hier schon mal richtig. Da sind die beiden Dudes. Okay, das heißt, hier muss ich gleich rein. Was ist er für einer? Okay, Teddy. Hier ist eine Bar. Servus. Willst du was? Na ja, wir wollen von dir Musik ändern. Okay, das ist der Warmon. Hier muss ich klauen. Okay. Sieht nicht so aus. Was ist denn das? Eins, zwei, acht, drei. Okay. Das ist aber nicht so fällig. Der Code für den... Nee, für den Safe kann das nicht der Code sein. Was ist das? Übersetzen. Ja, bitte. Hallo? Okay. Dann ist der Safe wahrscheinlich oben, ne? Okay. Okay. Schaut mal. So. Warte. Nein? Kurz. Pass auf, pass auf, jetzt, jetzt, jetzt. Und? Jetzt. Nein, jetzt, komm. Ey. So. Ja, nee, das war jetzt nicht so der Plan. Ja, cool. Hat sich jemand gemerkt, welche Farben ich jetzt hab? Ich mach die jetzt alle rein. Ich gucke mich nicht. Ey. Das ist aber keine offizielle Billardkugel hier, ne? Das möchte ich mal anmerken, Kollege. Jetzt hab ich nicht mal mehr die weiße Kugel, um die anderen zu bespielen. Ja. Okay, Moment. Boah, ich bin so gut, ne? So. Hier bin ich. Grunde genommen die auf den Boden. Jetzt noch die hier rein. Das ist irgendwie nicht die... Das ist die Definition von rein. Aber warum sind die jetzt hier wieder rausgefallen? Aha. Zu viel googeln. Sucks to suck. Aha. Treff. Okay. Na, kann ich hier raus? Na. Doch, kann ich wohl. Aha. Okay. Ich muss überall dran pratschen. Oh. Was ist denn das? Hm, lecker Ramsuppe. Jo, braucht jemand neue RAM-Riegel? Hier liegen so ein paar rum. Aber ich sehe hier keinen Safe. Eins, zwei, acht, drei. Nein. Aha, die Kasse pländern. Ah. Oh, schade. Vielleicht ist es ja wirklich von dem Safe. Den wir da hinten... Aber dann würde es ja keinen Sinn ergeben. Dann hätten wir ja nicht so einen Zettel, den wir dem Programmierer zeigen müssen. Wir merken wir uns einfach mal eins, zwei, acht, drei. Hier sehe ich nämlich auch ein Jungs, irgendwas. Na. Ah, ne Ahnung. So, da ist Teddy. Achso, ne, warte mal. Wir müssen ja hier... Nein. Oder mit dir. Wir waren nämlich noch nicht bei dem Shop. Hier, ne? Ja. Moin. Kann ich rein? Nice, danke. Ah, danke. Das geht. Okay, wir reden gleich. Ich merke schon. Jo. Was ist das? Okay, hier ist nichts Geheimes. Jetzt gucken wir mal hier oben. Hopp. 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 Okay, hier kann man nach oben. Na gut, mit dem Dude quatsch ich auf jeden Fall erst beim rausgehen. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Oh, warte mal. Ich glaube, das ist er, der... Look on here, Dude. Und dann rede ich jetzt erstmal mit ihm. Ah, siehst du? Das war ein Schnarchen, Digga. Ich bin schon gewundert, was das für ein Ton sein soll. Hupsi. Habe ich wohl ein paar Ramriegel runtergeworfen, ne? Maul halten. Okay. 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 Okay, pass auf. Was? Wer vereinbart denn Rondebues per Binärcode? Das ist eine Juswaga. Sonst nichts? Nicht die Tür, okay, dann am Teppich. Okay, dann am Teppich. Martin, in der Gasse waren wir auf jeden Fall schon. Ja, aber in der waren wir auch. Okay, warte mal. Das ist der Dude. Und von da kamen wir. Was ist hier? Okay. Okay. In welcher Kackgasse lag denn jetzt nochmal dieser, ne warte, da sind wir schon angegangen. Lag denn jetzt dieser komische Kacktresor? Ok, sehr komische Gespräche. Ok, warte, warte, von ihm brauche ich das Strom. Ne, warte mal, er war der Musiker. Der brauche eh immer 10 Jahre, bis er mit seinem Scheiß-Check da fertig ist. Kann ich ihm nicht einfach alle geben? Aber hier war auf jeden Fall der Tresor. Und wie lief es, Eddy? Lass mal weiterspielen. Loll. Ok, das ist wirklich der Code gewesen. Ah, ja. Der Typ hat ja gesagt, ich glaub irgendwas mit Rendezvous in der Bar. Und in der Bar war der Code für den Tresor. So ist das. Ok. Also, ein kurzes Trauerlied. Wie viel hab ich eigentlich noch? Noch vier Stück? What the fuck? Boah, das wird bestimmt der geilste Track, den ihr jemals gehört habt. Das ist doch nice, Eddy. Ich glaub, du hast das Ace geklippt. Lass ihn mal rumspielen. Okay, ich muss auf jeden Fall immer noch nach oben. Dahin muss ich. Oh, er ist fertig. Warte, äh, Taschenlampe. Äh, Moment, Sir, bitte. Lassen Sie das. Er ist fertig. So, kann ich ihm jetzt das nächste geben? Na, nur noch die drei hier. Dann schick mal. So. Ab zum Händler. Von dem brauchen wir das Stromkabel. So. Und das war, glaub ich, für drei, ne? Oh, wie sogar. Oh, wie sogar. Warte, wegen Rainbow jetzt? Oder weswegen? Okay, das heißt, das haben wir alles. Dann können wir ihm jetzt das nächste Ding ins Geben. Okay. Okay. Das. Okay. Nein. Nein. Bitte hör auf. Wir sind aber noch nicht fertig. Gut, ich komm später wieder. Ähm, da oben ist das Schild. Okay, pass auf. Ist er fertig? Ha, das Ding gedribbelt. Das könnte aber original Spongebob Musik sein, oder? Ein Clem. Warum wird der Teil noch ein Begriff unterirdisch? Schnaufe zur Zeit. Oh man, der ist fertig. So ist nur noch das eine hier anscheinend Das nachts du heut am rechnen bist So ist nur noch das eine hier anscheinend So ist nur noch das eine hier anscheinend Mehr hab ich nicht, Bro Beruhig dich Alright So, das heißt jetzt Müssen wir nochmal zu den Bekleidungsbums Die waren hier Da ist die Okay, dann sind wir anscheinend eine weibliche Katze So jetzt muss ich glaube ich zurück zu diesem Programmierer Weil der doch da am Zittern war, vielleicht kann ich ihm den Scheiß geben Weil der im Sinn muss der ja kack ja haben Moment, da ist der Händler Warte, hier ist das Navi Google Maps Hier war es nicht nur hier rum Das hatten wir Moment, da ist der Händler Oh nein, wo war der Typ? Oh nein, wo war der Typ? Oh nein, wo war der Typ? Da ist die Tür. Hier ging es doch rein, ne? Ah, wusel, wusel, wusel. Hm, okay. Jetzt sollte ich doch auch kurz zittern, Alter. So, jetzt müssen wir nach oben. Da war der Shortcut dafür, okay? So, da waren die beiden Lulis. Da kannst du eh nicht rein. Und ich glaube, da hinten konnten wir auch nichts mehr machen, ne? Da muss ich hin. Okay, perfekt. Ich höre ja schon genau richtig. So, ich glaube... Das ist der Way. Schon wieder oben, ey. Na, perfekt. Na, perfekt. Ja, das war der Lutz. Ja, das war der Lutz. Okay, ich kann... Ah doch, ich kann nochmal hochscrollen, okay. Ja, nein. Das mit der Tüte, das werden wir diesmal nicht machen. Das letzte Mal hat schon gereicht. War schon Action genug, danke. Okay. Nein. Kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Hehe. Was soll ich hier tun? Ey, hier ist ein Secret. Hier ist irgendwas. Das war doch nicht alles, oder? Okay, das war doch alles. Okay, passiert nichts. Kann ich mir auch nur mit dem, ich dran kratzen. So, das haben wir. Das haben wir. Da kann ich nur auf die Bücher. Da ist die Tüte. Äh, das mit wollte ich jetzt nicht, ne? Vielleicht weil du dumm bist, oder so. Problem. Okay. Ich glaube... Sonst können wir hier aber nichts mehr machen. Video wird gerendert. Easy. Also, wenn du so ein Bild an der Wand hast, dann weiß ich auch nicht, Alter. Dann stehst du anscheinend irgendwie auf überraschend. Ja. Was ist das? Notizbefallung Tschüss alter, richtiger Miese Peter Also, Clementine davon haben wir ja schon was, von Doc auch, jetzt haben wir was von Momo und Sabaltaza, haben wir noch, na nix, Psychopathen Okay, warte Aha, okay Oder verschwinden ihn nur aus dem Inventar, um die ihm zu zeigen Hm Naja, dann wäre das ja aber auch verschwunden Warum hast du denn hier so ein Notenblatt gehabt, hä, hä, hä Bitch, Entschuldigung, Entschuldigung, gerückt euch Sieht aus wie ein alter Router, hä In groß, in sehr groß, in fucking scheiße groß, hä Okay, kann man auf jeden Fall noch einen Code irgendwie eingeben, oder so? Okay Achso, Moment Äh Ach, da Dieses Symbol, welches denn? Ach, ich glaube das blaue da hinten rechts Ne, doch nicht Das Äh, ist okay Ah, okay Könnten nachsehen, ob es noch andere von diesen Zeichen gibt Ja, da Okay, das heißt Bei diesen Zeichen finde ich jedes Mal ein Notizbuch Okay Da hinten war ich aber auf jeden Fall auch drin Da habe ich auch eins gehabt Da ist einfach nur ein blaues Schild Das heißt, zu den beiden muss ich jetzt noch Kann ich hier hoch? Ne, ne? Ne Okay, warte, da war ich, ja, da war ich safe auch Warte mal eben So Okay, da hinten war ich Aber warum leuchtet das so ominös? Alles runter schweigen Alles muss runter, alles muss runter Heck, heck Okay, gut, der Rest fällt nicht Okay Da ist ja er Okay Da an dem Automaten war ich Da unten sitzt ja nur die Hände Ich glaube Das Schild hat keine Bedeutung Okay Okay, warte Sagen wir, es hätte eine Bedeutung Dann müsste ich ja da oben drauf Von da müsste ich darüber Dann auf das Ding Aber dann hört es ja auch schon auf Das ist eine Riesenwand, ja Aber das muss doch irgendeine Bewandtnis Aufdürfen Okay, warte mal Ne, ich muss da hin Da muss ich jetzt irgendwie hin Da muss ich jetzt irgendwie hin Okay, safe hier rüber So Okay, da brauche ich einen Eimer für Dann könnte ich das Ding wahrscheinlich stoppen Oder ich muss den Strom hier ausmachen Das kann auch sein Ah, ich muss den Strom hier ausmachen Okay Da kann ich nicht rein, ne So, da in das Ding kann ich jetzt auf jeden Fall rein Das Ding hatten wir schon aufgesammelt Darüber jumpen kann ich nicht Ich kann eigentlich trotzdem wieder zur Kante, ne Ich habe jedes Mal Schiss zur Kante zu gehen Aber ich kann da nicht runterfahren Also Hüt Oh, was trink ich hier So Irgendwo hier muss doch wieder was liegen Oh Irgendwo hier muss doch wieder was liegen Hä, what the fuck? Ach so. Aber das hat mich ein bisschen verwirrt, weil da stand halt so und so, Seite 1 von 4, so hab ich das gelesen. Okay, sonst gibt's hier nix? Scam. Okay, da gibt's hier dann einen Weg raus. Ja, wir müssen da hoch wieder. Na, gucken wir mal noch, was er zu sagen hat. Und dann ist für heute die Folge beendet. Okay. Alles klar. Gut, Leute. Ihr wisst Bescheid. In der nächsten Folge geht's weiter mit Stray. Bis dahin, haut rein. Peace.